Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von FestKarteTV. Hier sind wieder eure Kochmieten. Wir machen heute Hawaii-Wraps. Dazu benötigen wir Ananas, Schinkenwürfel, Streukäse, Curry und Tortilla-Wraps. Viel Spaß beim Nachmachen. Nein, so ist es auch nicht viel von denen. Nein, wir müssen aber gucken, dass wir 150... Nun mache ich ein bisschen Ananas. Und Schinken auf. Nun streue ich den Käse drauf. Ich schneide jetzt ein Knoblauchzehl. Und nun falte ich den Wrappel. Und anschließend könnt ihr ihn noch in der Pfanne ein wenig erwärmen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis dann. Wir genießen jetzt unsere Wraps. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Guten Appetit. Servus. Und bis zum nächsten Mal. Wuhu. Vielen Dank.